Unter Wasser geguckt... Wo ist die ganze Spitzhacken? Ach, die sind unten, oder? Die hab ich mir genommen. Hast du noch Samen? Nein. Soll, wir sind hier direkt unter nem Baum. Nicht in meinem Inventar. Samen gesagt. Oh, Mann. Kannst du mir mal... Christello, hör auf, so versaut zu denken. Alter. Das ist echt so. Was hab ich denn damit zu tun? Wollt ihr mich verarschen? Ganz normale Samen von... Ah, ja. Pflanzen können Samen? Ja. Sie können dann absamen. Juhu. Wie du schon wieder pervers denken musst, ne? Sagt der Richtige! Ja, gut. Ich weiß, der Richtige. Wenn wir diese 18-Jährige... Boah, da lass mich doch schon mal bitte bauen. Nein. Nein, ich komm mir nicht hoch. Ja, genau die. Mimimi, lass mich bauen. Mimimi. Dafür nehme ich jetzt das ganze Fleisch mit. Ach, doch. Siehst du, wie du alleine klarkommst. Du kannst mir aber was... Oder du kannst mir mal was davon... Du kannst sehr schön mal das Wasser selber holen, würde ich sagen. Ja, ne? Ja, ne? Geht das schon wieder los? Ne, eigentlich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber warum macht das denn dann? Er hat dann Creeper explodieren lassen. Ich nicht. Das habe ich bis zu einem Haus gehört. Ich nicht. Wunderbar ist das. So leise. Ja, es gibt Leute, die müssen sich konzentrieren. Ja, ich weiß. Und dann gibt es auch Leute wie Master. Wo alle bei. Es gibt Leute, die quatschen, die gehen ganz langsamen Scheiß wie du. Wie, was machst du? Haben wir auf Fail? Bei der Schwein. Prime? Bei der Schwein. Wer hat mein Bett kaputt gemacht? Hast du auch gemacht? Nein, wir lagen da noch gar nicht drin. Natürlich, wir haben schon einmal geschlafen. Ach so, ja, dann haben wir fertig. Warte, Koordinaten sind minus 23, 300. Ich komme gerade schon, ich weiß in welche Richtung. Nein, bin nicht da. Was? Ja. Ne, ich war gerade im Überlegen, was ich wollte. Ich brauche dann mehr. Ich weiß. Und wir sollten langsam echt... Wovon kriegt man Samen alles? Von den Bäumen, oder? Ne, nur von den... Ach ja, genau, von diesen hässlichen Dingern. Genau. Von denen hier. Okay, ich... Oh, das hast du gesagt. Ich gehe Samen fahren. Wenn du das doch Prime hast, ja. Er hat Samen gesagt. Also, wenn wir festhalten, Master und Prime sind schon einmal gestorben jeweils. Christenlo auch. Echt? Ach ja, stimmt, zweimal. Ich bin doch runtergefallen. Master, helf mir. Gut, dann... Hilf. Geht grad nicht. Ein halbes Leben. Dann gebe ich mal damit an, dass ich noch nicht gestorben bin. Ach, warte, komm, wobei. Halbes Herz. Oh mein Gott, ich habe in einem halben Herz überlebt. Schade. Habe ich eben auch, als ich da runtergefallen bin. Draußen sind zwei Spinnen. Oh mein Gott, ich habe das Gitter aufgemacht. Wie viel Samen brauchen wir ungefähr? Ich habe noch 14 oder so. Ich habe 19. Braucht ihr nicht farben gehen? Theoretisch nicht, ne. Richtig. Ja, wir haben jetzt auch sechs dabei. Wir müssen aber unbedingt schnell Dings machen. Brot, weil... Ja, ich bin grad immer überlegen, wie wir das gemacht hatten in der alten Stoffe. Weil viel Fleisch ist hier nicht mehr. Merkst du nicht, dass du die triffst, oder? Brauchen die Licht zum Wachsen? Ja. Schleißen. Ja, einfach fackeln. Fackeln? Ja. Hast du... Kannst du Wasser holen? Leute, die sehen mich nicht mehr. Wo ist der Eimer? In der Küste, glaube ich. Ne. Unten? Viel Spaß beim Unterlaufen. Ja, ich gehe nicht schon. Obwohl... Ja, doch, er ist unten. Ich gehe gucken. Ne, ich gehe. Okay. Willkommen sie. Hammer? Und ist unten? Warte. Ja. Ich flieg gleich mal die Spitzhacken mit hoch. Und die Schaufeln. Äh, was... Wie viele... Also eine... Eine Linie Wasser... Macht... Zwei Felder, äh... Zwei... Zwei... Vieren lang, ne? Echt so viel? Ist sofort unrealistisch. Wo wird sie wissen? Weil das so ist. Na. Äh... Wie geil, wo macht man fragt, weil es so ist. Lieben. I go holding water. Soll ich paar mehr einmal machen? Dead Deutsch. Äh, ich... Mach 200 und dann machen wir hier nur noch nötige Wasserquellen. Kann man ja mal geboren. Boah, ich hab jetzt irgendwie keine Lust hier weiterzubauen. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt. Gehst schon mal ja nur so. Äh. Hab ich auch keine Lust zu. So, da war... Alter, weißt du wie viele Monster hier um das Wasser sind? Leckt mich. Ich geh mir in den Wasserkrallen und weg bin ich. Wuhu! Wuhu! Hallo! Hi! Hallo! Hi! Okay. Haha. Mach die... Ne, mach die mal hier hin. Irgendwie. Keine Ahnung. Wehe! Nein! Nein! Doch, wir brauchen... Ich würde da mal sagen, ich hab grad nichts mehr zu tun und es ist jetzt vor, dass ich dann jetzt weg bin. Ja, dann... Nein! Alleine macht keinen Spaß am Haus zu bauen. Ja, okay, dann sollen wir die Aufnahme stoppen und morgen weitermachen? Nö. Wir sind grad so schön dabei. Ja, so zockt ihr jetzt gleich zu zweit. Ja, und? Das ist doch voll scheiße. Ja, eben. Scheißegal. Ja, warum geht ihr denn? Ihr seid scheiße. Ja, weil ich muss. Ja, warum müsst ihr? Ich muss nicht. Ich hab aber keinen Bock, alleine hier zu bauen, dann. Puh. Ich fackel mal aus. Ja, dann... Macht ihr mal weg, ich. Wir machen weiter, hab ich gesagt. Okay. Okay, aber nimmt nicht zu viel auf, ne? Nö, wir werden wahrscheinlich machen. Ja, mal schauen, was dann noch an. Ja, ich bin weg, ciao. Ciao. Wo wollen. Ciao. Und da waren es nur noch drei, äh... Nein, nee, ich könnte meine Liebe nicht mehr erwidern. Wo ist dieser scheiß Eingang? Hier ist er. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. So, dann bin ich jetzt wohl auch schon weg. Weil alleine haben wir ein Haus geboren. Wohl, das ist ein bisschen fehl. Langweilig. Ja, machst du dann, tschüss. Jo. Ciao, viel Spaß noch. Ja, danke. Hau rein. Da waren es nur noch zwei. Egal, wir machen unser Ding hier fertig. Ich weiß nicht, wo wir nach aufhören oder weiter machen. Ach ja, ist natürlich immer fair, dass sie angerufen hat. Dann muss ich mal kurz raustappen, ich hoffe, die Aufnahme bricht nicht ab. So. So. Ich habe uns jemanden ganggelassen, sonst ist ein bisschen fail irgendwie. Der zum Auflatschen? Ja, genau. Er macht den Gang hier auch noch die beiden, also, zu gesamen. Was? Ja, ich habe keine Gesamen mehr. Ach so. Hat sich nicht welche reingepackt? Weiß ich nicht. Achtsam haben wir noch. Ähm, mach du mal. Gib mir deine... Meine was? Braucht man nicht eine Hacke dafür? Ach so, nein, ja doch. Na, vater. Hammerfell. Was tust du? Wieso? Du hast mich ganz voll weggeschobst. Aber ich bin nicht. Doch, ich habe es können sehen. Okay. Ähm. So, na dann, Max mal schnell, du scheiß Weizen. Wollen wir schon anfangen damit? Mit dem Glas? Mit was? Mit dem Glas. Was willst du mit Glas bauen? Hä? Mit dem Glas? Ja, mit dem Glas. Was willst du damit machen? Hallo, hier. Da, da... Ich hatte doch nicht vor, der Glas hinzumachen ursprünglich. Ja, ich weiß, was du machen kannst. Ja, du kannst das mir auch sagen, wir sind alleine. Nein. Und da Wasserhäuser, ja, aber... Wieso brauchst du da Glas? Das sieht doch voll cool aus. Bestimmt, ja, aber man braucht es nicht unbedingt. Ja, kann man machen. Ne, ich würde sagen... Ne, ich würde sagen, wir machen das doch mit dem anderen wieder. Ich würde auch sagen, wir machen das Schluss. Was? Ich würde auch sagen, wir machen jetzt Pause. So. Wir sehen zu, wie unser Gras wächst. Ich zoome in deine Nasenlöcher rein. Nein. Dein Teddy knallt voll die Augen zu, wenn er sich duckt. Super cool. Aber fail. Und meiner öffnet den Mund. Ich mag meinen Osteelot. Ich mag meinen Dinosaurier auch. Aua. 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 Okay. Wollen wir denn jetzt Schluss machen? Irgendeiner muss ja der Erwachsenen sein. Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss. Ich will aber noch nicht aufhören. Kann man Latsch zu dir Blöcke machen? Ja, kann man. Klar. Eier, wir brauchen echt nur so eine Krimskrams. Wie er in meine Hand guckt. Krimskrams. Boah, sieht die Hammer geil aus. Was? Wo? Da. Sieht voll geil aus, oder? Nein! Du bist der Arsch. Ja, sieht voll geil aus. Ja, wir brauchen unbedingt beim nächsten Mal organisatorisch gute Truhen. Ja, warte, dann mach ich das. Nein, nicht jetzt. Was? Nicht jetzt. Mach, geh weg von der Truhe. Nein, wie das Let's Play ohnehin in die Länge gezogen wird. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Alles noch 20. So, alles klar. 20 Glas gewesen. So. Aua, mein Ossi-Leut. Ja, damit wird Aufnahme-Session 1 beendet. Leider nur zu zweit. Angefangen hat es zu viert. Ja. Und enden wird es zu zweit oder dritt. Das Ende meint ich. Ach so. Ja, ohne Free dann halt, zu dritt. Ja, und ohne Matze auch. Ja, und dann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Möchtest du auch noch Tschüss sagen? Tschüss. 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 Tschüss.